so es tut mir jetzt schon laut über meine leistung als pack ich werde schon mal entschuldigen wird spannend dann ist es auch wenn ich noch einer aber dann bist du da halt jetzt aufhegegangen der haut nein ist das crazy ich habe jetzt okay da steht jetzt mit wir brauchen irgendwie ab oder zu ich muss da noch spuren beseitigen ich wollte gerade in monc loom dass er schön die schwanritter ausschalten kann aber da sind die nächsten paar gekommen dann habe ich reden müssen ok 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 jetzt aber irgendwann ist die ausdauer ich fange jetzt einfach mal zum kurbeln ich soll meine kipps und dann ja ja ich habe ich glaube wieder zurückgezogen ich schaue dass ich zu dir komme und dann bei der nächsten kerben gleich hilf na doch bis schau du ja 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 ich habe mir auch gemeint jetzt ja eben und auf streitkopf wechselt schon so die paranoia dass irgendwo aus dem fenster irgendwas außer leicht irgendwo da ja ich schaue die ganze zeit auf die fenster hin achtung von rechts kommt was marian ich ziehe einfach durch na 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 scheisse na leider ja das war es jetzt unsere zwei Asse die sind ein wenig zu langsam ja das wird nichts schade 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 das hätten wir haben können ja naja zumindest gleich mal teamplay 25 xp gekriegt du bist so der teamspieler das ist ein wahnsinn was aber zumindest level 2 gleich mal geworden ach schau mal gegen wie wir spielen ach wunderbar das heißt das wird eine easy win weil das sind nie dort wo es wichtig ist ha 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 applying cold water to the burning wound ha 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 du kannst mich nicht immer umhörern ha 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 ich versuche gleich mal A Boah. Ob das hier an den Ding ist vorbei? Sneak. Da steckt schon einer. Ich bin die Wochen praktisch schon durch. Ah. Ich weiß nicht wie, aber ich habe an John fast gewollt. Alter. Alter. Absolut no problem gegen John. Der hat keine Chance gehabt. Gott. Irre. Das Blocken mit einem Tuck ist so einfach im Vergleich, wenn der einen Sprungangriff macht. Okay. Also ich meine, irgendwie ist das schon komisch, dass sie wer vor einem schweren Angriff schneller erholt, als wie ich von dem, was er durchgeführt hat. Das ist schon irgendwie. Ja. Slightly, also ganz slightly traurig. Ein bisschen unbalanced man. Ich will nicht sagen Unbalanced. Vielleicht, dass es irgendwas ist, was der Takt gespielt hat oder so. Okay. Ich werde assassinated. Der Takt hat geheilt. Irgendwie er spickt sie mit Pfeilen, aber irgendwie geht nichts rein. Ich werde dann und füllen. Gefällt mir. Ja. ich bin jetzt zu krassen gebrücke ja na wirklich das ist ein guard okay Ja, ich hab ihn jetzt dran. Okay. Das muss man merken. Alter, wie hast du grad auf den Dude eingedroschen? Das hat grad ausgeschaut. Au, mir schießt das ins Knack. Sehr meditativ. Mir hat grad irgendwas almost gekillt, he. Jetzt werde ich fragt. Hm. Guminös. Wie er einfach geil auf die Truhe ist. So hoch einfach. Ah. Da. Die Milizierte Kehrmann durch, oder? Ja, sicher. Da. Da muss man kurz ausdauer-regenerieren. Also, der Monk, der regeneriert dafür schneller ausdauer. Bevor der Sheriff kommt. Ah, locker. Ich bin. Irgendwie, irgendwie exzt du. Was? Die, die, die... Ja, die... Die Kurbel, die hat irgendwie komisch... ...deckt. Also, laggt. Achso, okay. Okay. Ach, schrecken. Nein, ich war frei. Ich weiß nicht. Du wirst einfach mal in die Luft. So, ich mach... Ich probier's wieder. Ich renne jetzt ausgenommen und renne so auch. Ich bin hinter dir. Ja, irgendwie viel zu viel. Du wirst eigentlich so, so, so das Solo machen. Achso. Nein, passt der. Je mehr, desto lustiger wahrscheinlich. Ah, was ist das? Äh, da vorne hat sich irgendwas zu rissen. Ah, da vorne ist schon ein... Da vorne ist der Sheriff. Und die hat ihn in Key. Habe ich ganz genau gewusst, deswegen haben wir da alle umgemessen. Nice. Danke. Ah, da haben wir nur an Robin. An Robin Robin. Achtung, hinter dir der Sheriff. Ja. Hab ich gesehen. Bin nämlich schon vier zu kommen. Ist ihm fett egal. Und ich komm nicht mehr weg. Okay. Hm. Ja. Wir wissen, ob wir wissen. Hm. Der Spiel überlebt, also bitte. Ja, ich muss in Zukunft umschalten auf Push-to-Talk. Hm. Wenn ich die ganze Zeit da labere, dann... 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 Dann brauche ich nichts reden. Hahaha. Haha. Ich war die Marian. Äh... Auf mir ist irgendwas. Und macht auch Todes einem. Ich hab's nicht gesehen. Was. Ah. Ja. Ich hab jetzt mal zu Hause. Ein bisschen durch heulen. Und der Camper geht zu. Das kann ich mich nicht mehr erinnern. Das könnte mich wirklich nicht mehr erinnern. Ich hab's gesagt. Haut's doch mal denn wieder, ha? Wie war's, wenn man mit angreifen macht? Wieso? Eieieieiei, das geht gar nicht lang. Scheiß. Hey, die Wurgen ist auch nicht mehr da, varte, ich... Aja. Eieieieieiei. Was ist das denn? Bei uns geht's. Eieie! Joida! Ja, dann hoffentlich, dass der Sheriff einem so am Hex geht. Ah, wir haben A. Ja, das geht sich nicht aus. No chance. Wenn es die A, also die Anlagepunkte hat, dann roste. Ja. Dann hast du keine Chance. Ich hab dem gerade einen Sturmschild geschossen. Ey, wir kannten ja den Blocken. Das muss ich verarschen. Are you kidding me? Are you kidding me? Okay, muss ich den dann in die Aire tun? Oder, oder... Weiß ich nicht. Okay. Ja, schön. Ah, da hinten auch noch. Okay, die Sheriff hat einfach wieder mal den kompletten Sprungangriffsschaden ignoriert. Das ist... Wir kommen langsam vor... Alter, ey. Wir haben doch gerade alle gekillt. Wie kann da jetzt schon wieder eine dahinter sein? Ja, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich da. Na, ich bin... ...det. Ja, ich weiß nicht, ob ich den Kack Robin hast. So. Sunkenes Dorf, hm? Willkommen oder, wir hatten... Äh, der... Was ist das? John? Ist auch John, okay. so ein versunkenes dorf holy shit warum warum marianne marianne was haben die vor ich komm zu euch und gar euch ich weiß nicht, sie war versuchen mit zum aufräumen dass ich das da rein tue, was haben wir denn für Pfeffen da echt ernsthaft jetzt trau ist oh man es ist so schlimm wenn wir gegen das eigene Team gehen von wo ist er 3 kill give me number 4 Vielleicht haben sie es jetzt geschnallt, was wir vorhaben. Eieieieiei Wir haben eine Marianne killt Ok, wir haben uns gegenseitig gekillt Ja, ist er Aufstehen Marianne, ich schaue ob ich es aufhören kann Nice Und die anderen Beinhard wollten sie es zu dem anderen Ding hin tragen Ja, wirklich Unglaublich Es soll Gold auf dich regnen Yes, geil, ich hab alle 3 Voll der Pro sicher 10 kills, du hast kein einziges Spiel gekillt Ich hab das essentielle gemacht Du hast dich auf die wichtigen Dinge konzentriert Genau Dass das Ding richtig abgelegt wird Nicht falsch abgelegt wird Ey Wahnsinn Na ja Soda Aber gut Meine lieben Damen und Herren Vielen Dank fürs Zuschauen Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank